Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Was geht ab, meine osmanischen Steuerhinterzieher? Ich hoffe, eure Cousine ist rasiert. Ich sag immer osmanisch, ausländisch und so, guck mal, nichts gegen Deutsche, ja, aber... Man darf euch noch nicht was begrüßen, weil ihr seid kufat. Nein, nein, so meine ich das nicht, ja, aber man kann schon sagen... Ihr seid einfach Ungläubige. Spaß, weil ihr seid ja, ich liebe Deutsche, ja. Ich hab wirklich generell nichts gegen irgendeine Herkunft. Glaub mir, du kannst mit mir an einem Tisch sitzen, egal was du bist, ja, egal ob schwarz oder asiatisch oder... Normal. Los, sorry, der Kamera-Akku war leer. Digga, ich brauch wirklich mal einen neuen Kamera-Akku, ich hab mir letztens sogar einen geholt, aber der ist einfach verschwunden, ja. Das erinnert mich irgendwie an unsere Väter. Der polnische Supermarkt ist mir wieder der Nächste und ich hab grad Buttermilch gebraucht, dann bin ich da rasch hin. Jedenfalls, ich bin ja wieder zu Hause hier in Berlin und es ist wirklich absolut ungewohnt, wieder hier zu sein. Ich hab nämlich die letzten Tage gefühlt eine Deutschland-Tour gemacht, ja, es war wirklich... Ich war in so vielen Städten, ich war nur unterwegs. Gott sei Dank hab ich mittlerweile mein eigenes Auto und bin flexibel, ja. Ich weiß, als ich es gekauft hab. Hey, Bro, meintest du nicht, du gönnst dir einen 2012er Mercedes? Ich mach so, deiner Bruder, ich meinte, ich gönn mir eine Mercedes und die ist 2012er. Aber darum geht's auch nicht, Leute, ja. Passt auf, heute geht's wieder um wirklich absolut sehr komische Menschen, um es mal nett auszudrücken, ja. Wir kennen sie alle, unsere Lieblingsplattform TikTok. Nicht alles, was auf TikTok ist, ist komisch, ja. Ich mein, da gibt's zum Teil auch normalen Content. Bro, ich hab heute für ein basic weißes Shirt 40 Euro gezahlt. Was ist das für ein Skate? Ja, Bruder, für den Preis hast du doch zwei schwarze bekommen. Aber okay, auf TikTok ist hauptsächlich kompletter Random Stuff. Get ready with me, um mit meinem Freund Schluss zu machen. Heute widmen wir uns allerdings der, ich sag mal, weiblichen Seite von TikTok. Die ist nämlich, ja, echt ein bisschen komisch, ja. Ich hab mir nämlich ein paar Frauen ausgesucht, die wirklich so Content machen, wo ich mir so denke, Bro, was ist los? Ey, way, süß, ein schnelles Thema an alle Skinny Girls, die sich hier von Justus anhören müssen. Ja, iss mal ein bisschen mehr. Oh mein Gott, Stock, oh mein Gott, Flachland, weiß ja nichts, bla bla bla. Hä, ausreichend zu essen ist doch voll wichtig, das weiß doch wirklich jeder. Und natürlich rede ich mit meiner Freundin auch über ihre Ernährung, ja. Ich hab letztens sogar mit meinem Arzt darüber diskutiert. So, sie haben also ihrer Freundin verboten, Energydrinks zu trinken, ja, warum? Ja, das ist doch selbst erklärt, die sind doch erst ab 16, oder? Eigentlich nicht, aber okay, wir müssen auch mal über ihre Gesundheit reden, ja. Gucken sie mal, sie sollten wirklich mit dem Masturbieren aufhören. Ja, warum ist es wirklich so schädlich? Nein, aber ich versuche mich gerade zu konzentrieren. Wenn ich es schaffe, viel zu essen, dann gibt es keinen Grund, dass eine Frau das nicht hinkriegen soll. Klar, es gibt ja keinen Grund, warum der Mötz gerade nicht rausgelöst kriegen soll. Dieses Video wird gesponsert von Manscaped, der Nummer 1 Lifestyle- und Intimrasierermarke für Männer. Ihr fragt euch jetzt, was ist aber mit Frauen? Frauen sollen sich nicht ihre Gestichtsbehaarung entfernen, andernfalls hätten sie Höhlenfeuer. Die Brüder von Manscaped haben sich was richtig cooles einfallen lassen. Passt auf, was haben wir Ausländer alle gemeinsam? It's is! Das auch, aber vor allem unsere starke Gesichtsbehaarung und genau dafür ist das neue Beard Hatcher Pro Kit perfekt geeignet. Das Ding hat 20 verschiedene Länge-Einstellungen und falls ihr mit eurer Länge nicht zufrieden seid, dann seid ihr auf jeden Fall nicht allein. Der Trimmer ist außerdem wasserdicht. Weiter geht's mit dem Bartshampoo. Ey Leute, wenn ihr nur wüsstet, wie geschmeidig und fresh euer Bart damit wird. Bro, jetzt weiß ich, das Hölk in deinem Bart sah voll klebrig aus, was war das? Bartshampoo, Bro, mein Onkel produziert das selbst. Vom Beardconditioner brauche ich gar nicht erst zu reden. Ey, die Öle und das Vitamin E darin pushen euren Bart so. Das Kokosöl versorgt euren Bart und eurer Haut mit Feuchtigkeit und macht euch zum... Nein, keine Ahnung. Zu guter Letzt gibt's das Beardbaum. Das ist für die Achis unter euch, die ihren Bart stylen und alle Shisha-Bart, die Laras beeindrucken wollen. Worauf wartest du, mein Bruder? Geh jetzt auf manscaped.com und sichere den kostenlosen Versand um 20% Rabatt mit diesem Code hier. Erster Link in der Videobeschreibung, gönnt euch Männer. Okay, lang genug geredet. Ich würde sagen, ja, wie schon gesagt, wir reagieren heute auf mehrere TikTokerinnen, die mir schon des Öfteren negativ aufgefallen sind. Und heute schauen wir mal, was die alles so machen. Lange Rede, gar kein Sinn. Kommen wir mal direkt zum Video, okay? Okay, los geht's. Auf euch rin in die Hohlebirne. Mein Name ist Bella Hadid Ewa. Und genauso andersrum, Mädels. Wenn ein Justus zu dir sagt, ey, du hast voll viel auf den Hüften, bla bla bla. Bro, you look like Kim Kardashian, bro. Show me your butt, Digga. Show me your butt. Guck mal, was das für ein Bullshit ist. Ich höre euch vor, ihr seid jetzt eine Frau, die etwas so dicker ist, ne? Und die jetzt kurz davor war, Sport zu machen und abzunehmen. Und dann hört ihr sowas und der denkt euch dann automatisch, ja, egal, ich bin perfekt so, wie ich bin. Ich brauche gar nicht an mir zu arbeiten. Was hat sie jetzt Positives zur Gesellschaft beigetragen? Glaubt mir, ignoriert solche Menschen, ja? Hört lieber auf so Leute wie Markus Rühl. Oh, you look like Kim Kardashian. Das ist so Hasengefick, das bringt natürlich gar nichts, ja? Und jetzt richtig aufpassen muss, dass ich wirklich an jeder Abbiegung blinke, weil mich sonst die Polizei anhält. Aber ganz ehrlich, mach ich nicht. Ich mach das nicht. Ich find das Diskriminierung. Und aus Privatsphäregründen geht es niemandem was an, wo ich hinfahre. Deswegen blinke ich einfach nicht. Digga, was? Was geht bitte bei ihr? Sie sagt, sie wird nicht mehr blinken, weil es kein was angeht, wohin sie fährt. Und das ist gegen ihre Privatsphäre und Diskriminierung. Kann natürlich sein, dass es auch Spaß war von ihr, ne? Aber Späße sind normalerweise irgendwie witzig. Und falls es kein Spaß war, hat sie wohl echt nicht aufgepasst in der Fahrschule. Das erinnert mich an das eine Mal, wo ich in der Fahrschule gearbeitet habe und auch nicht aufgepasst habe. Ähm, Arvin, die Fahrschüler mit Behinderung haben sich schon wieder verfahren. Kannst du ihnen vielleicht zeigen, wo es lang geht? Ach, natürlich zeige ich ihnen, wo es lang geht. Lern Autofahrt, Digga. Was los, du hundest? Mein Freund folgt 5000 Leuten auf Instagram und fast alle davon sind nur Mädchen. Diesen Kommentar habe ich gerade unter meinem letzten Video gesehen. Und ich gebe euch jetzt den besten Beziehungstipp, wenn ihr gerade in der Beziehung seid. Erstens, ich bin ja im Wasser, wenn das stimmt. Ja, ich kenne keinen Menschen, der 5000 anderen Menschen folgt. Außer so indische Fake-Accounts vielleicht. Hallo, your computer has virus. Das ist wirklich so diese typische Influencer-Anfangs-Intro. Ja, hey, einer hat bei mir kommentiert. So viele von euch haben gefragt, viele wollten wissen. Okay, dazu muss man auch sagen, die Gesellschaft ist auch irgendwie so, ne? Wenn 5000 Frauen einem Typen folgen, dann denkt man sich bei dem Typen... Wenn aber 5000 Typen einer Frau folgen, dann denkt man sich bei der Frau... What the hell is this? Out of Allah. Ungläubige. Das wäre nicht mehr im Namen Allah. Aber ey, manche Typen folgen auch Frauen einfacher aus anderen Gründen, ja? Der Typ will wahrscheinlich nicht mal was von diesen 5000 Frauen, denen er folgt. Mein iranischer Onkel zum Beispiel, ich sehe letztens, er erfolgt einfach so 50 Insta-Models, weil sein Aufenthalt jetzt befristet ist. Aber okay, manche wollen sich auch einfach in ihrer Beziehung nicht einschränken lassen und ihren Spaß haben, ja? So, was soll ich sagen? Spaß ist einfach sehr wichtig. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für... Uns doch, das ist normal. Seht ihr, er kann sogar seine eigene Tochter heiraten. Wenn ihr irgendwann in einer Beziehung seid, speichert euch dieses Video und hört mir zu. Ich will einmal, dass ihr euch alle erstmal daran erinnert, dass ihr der Main-Character eures Lebens seid. Der Sinn deines Lebens ist, dass du glücklich bist. That's it. Guck mal, die sagt das so, als ob es im Leben einfach ausschließlich nur darum geht, um jeden Preis glücklich zu sein. Das Ding ist, du kannst im Leben nicht einfach so alles bekommen, ohne irgendeinen Preis dafür zahlen zu müssen. Bei einer Beziehung ist es doch genauso, ne? Ich meine, guck mal, wenn du eine bestimmte Person willst und diese Person bestimmte Werte hat, dann musst du dich doch entweder anpassen können oder eine andere Person suchen, so. Ich glaube, sie fühlt das sogar. Sie sagt dann sowas. Dann sprichst du das bei ihm an, du sagst ihm das einmal, allerhöchstens zweimal, dass sich das stört. Macht oder sagt auch gleichzeitig aber sowas. Vielen Dank an den Bruder Kubi, der dazu einen absoluten Realtalk ausgehauen hat. Riecht hier auch diese Doppelmoral? Genau so sieht's aus, Leute. Das ist die größte Doppelmoral von den modernen Frauen, sag ich jetzt mal. Das zeigt halt auch richtig, wie egoistisch man ist, ne? So, nein, der Mann muss sich daran halten, aber ey, wenn der Mann eigene Prinzipien hat, dann ist er toxisch-maskulin, ja? Mann, kennst Leute. Dann sprichst du das bei ihm an, du sagst ihm das einmal, allerhöchstens zweimal, dass sich das stört. Und dann gibt's ein paar Jungs, die richtig gekeckt sind und die sagen dann, oh mein Gott, das ist voll übertrieben. Warum übertreibst du so? Kleiner Tipp von mir, vermeidet solche Frauen, okay? TikTok ist mittlerweile full mit Doppelmoral. Deswegen, wenn ihr merkt, dass eine Frau, mit der ihr Kontakt habt, sich so verhält, dann wisst ihr, dass ihr rennen müsst, ja? Wobei, okay, ey, guck mal, ganz ehrlich, wenn wir schon mal so weit sind, ne? Vermeidet generell Frauen. Die ficken nur euren Kopf. Glaubt mir, ich selbst, ich hab schon seit Wochen keinen Kontakt mehr zu Frauen, ja? Oder meinst du nicht, du hattest letzte Woche noch was mit einer Frau? Ja, Bro, glaub mir, ich hab einfach eine 26-Jährige gottlos flachgelegt. Erzähl, Bro, wie war's? War sie gut? Die 20-Jährige schon, die andere hat sich aber viel zu sehr gewärmt. Ey, Chai, jetzt, bevor ich Gartelpause mache, Leine anziehen, mit dem Hund rausgehen, denn Hunde kriegen keinen Respekt, sie kriegen Befehle. 1 zu 0 für dich, ey, wow. Thanos hätte uns alle töten sollen. Das ist wirklich Sternzeichen Frankfurt. Wie kann man, nur meine persönliche Meinung, ne? Wie kann man wirklich so unattraktiv reden? Okay, seid mal ehrlich, so, guck mal, wir alle kennen noch Frauen, wo wir uns denken, ey, guck mal, die ist gar nicht mein Typ, lauert den größten Müll, hat absolut keine Ahnung von irgendwas, aber ich würde trotzdem schicken. Meine Damen und Herren, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr müsst mir jetzt einen Gefallen tun, okay, passt auf. Und zwar, wenn ihr entweder mich, eure Schwester oder eure Cousine nackt sehen wollt, dann lasst jetzt unbedingt ein Like da. Kommentiert unbedingt mit der Anzahl an Döner, die ihr glaubt, in eurem Leben gegessen zu haben. Was war das für ein komischer Satz? Dankeschön für alles, bleibt aktiv, passt auf euch auf, grüßt eure Tante von mir und vergesst niemals. Also, mit Schmelz, voller saftigen Sukkulenz, ja. Hm. Nicht anders. Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab und sag, dass ich sieben Kinder hab. Ich schwör, ich hab auch sieben, so viel hab ich getrieben.